Unfälle Nach dem schweren Unfall eines mit Schweinen beladenen Lastwagens am Autobahnkreuz schweren sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Die am Dienstag über den ganzen Tag blockierten Autobahnen 24 Hamburg Berlin und A14 Richtung Ludwigslust sind inzwischen aber wieder befahrbar, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. An dem Verkehrsknotenpunkt bei Neustadt-Glewe, Kreis Ludwigslust-Paschim, war am Dienstag ein Lastwagen mit 180 Schweinen umgekippt. Der 21 Jahre alte Fahrer hatte von der A24 auf die A14 nach Sachsen-Anhalt abbiegen wollen und war dabei verunglückt. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt, die Aufräumarbeiten dauerten rund 13 Stunden. Der Polizei zufolge verendete etwa die Hälfte der Mastschweine oder musste getötet werden. Erst vor vier Monaten war in demselben Autobahnkreuz ein Lastwagen mit 700 Ferkeln an Bord umgestürzt. Die meisten Tiere verendeten, die Autobahn war auch damals stundenlang gesperrt. Die A24 verbindet Berlin und Brandenburg mit Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg.